Möchte jemand etwas zum Thema Homosexualität sagen? Dann mache ich den Anfang. Ich bin lesbisch. Ich weiss, wie schwer das ist. Ich bin schwul. In diesem Fall haben wir ja etwas gemeinsam. Können Sie mir nicht echt einen Tipp geben wegen meinem Outing? Ich stehe schon ewig auf der Not. Er ist so süss. Das würde ich merken. Mich sicher nicht in den Schwulen verlieben. Mann, sie erzählt mir doch alles. Sie steht doch schon ewig auf der Noa. Der Noa also? Tut mir leid für sie. Ich sage dir das Gengis. Der Noa ist schwul. Ah, hey Noa. Ne, Orlando. Möchtet ihr an den Schwulen, weil es ja gerade Mode ist? Und selbst wenn er schwul wäre? Hast du Angst, dich anzustecken? Wollen Sie uns sagen, dass das normal ist? Du stehst doch auf die Liasen. Wollen Sie nicht krass, Alter? Was läuft mit dir falsch, Alter? Bist du dumm? Er hat es aber recht zusammengeschlagen. Ja. 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 Ja.